Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Sonntag und ich freue mich, dass ihr da seid und ich habe heute was mit euch vor, nämlich ein Moosbild. Ich habe das vor einiger Zeit schon mal bei einem Kurs direkt gemacht, habe mir das also zeigen lassen, das war noch vor Corona, muss ich mal sagen, das ist also schon eine ganze Zeit her, habe aber das Grundgerüst aufgehoben, als dann das Ganze nicht mehr schön aussah und ich dann nur noch die Blümchen davon behalten habe und nicht mehr das Moos und dementsprechend habe ich also erstmal das Grundgerüst befreit von allem möglichen, was irgendwie stören könnte. Ich habe es jetzt nicht komplett freigekriegt, hatte dann noch ganz kurz mal überlegt, ob ich das Ganze noch anstreiche, habe mich aber dagegen entschieden, weil Moosbild heißt für mich eben auch, dass es natürlich ist, dass es schön ursprünglich aussieht und ich fand den Rahmen dazu halt für mich komplett so auch ausreichend. Man sieht von dem Rahmen sowieso nicht mehr ganz so viel, wenn das Ganze erstmal fertig ist. Also dementsprechend habe ich mich dagegen entschieden und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Hatte dann noch versucht, so ein bisschen mit dem Schleifpapier ein paar Sachen abzubekommen. Hat jetzt nur bedingt funktioniert, was aber auch jetzt nicht weiter stört, weil da kommt ja auch wieder Neues drauf. Also es war einfach nur wichtig, dass der Schaumstoff so gut wie möglich weg ist und der Rest zum Teil eben, wie gesagt, so diesen Heißkleber oder so, den habe ich dann eben auch weggemacht, so gut es möglich war. Ich wollte das Brett nicht kaputt machen, weil ich eben zum Teil so merkwürdig rangekommen bin mit dem Messer und habe es eben nicht mehr abbekommen. Und ja, hier seht ihr meine Zutaten, die ich habe. Also Zutaten. Ich habe mir kleine Sukkulenten geholt. Diese war halt wichtig, dass die klein sind, weil das einfach sonst nicht hält. Man steckt die zwar so ein bisschen fest, aber das ist halt trotzdem da so ein bisschen eben darauf achten, dass die relativ klein sind. Einfach auch, dass die Wurzeln nicht so groß sind. Und wie gesagt, ich habe die dann mir jetzt geholt. Das waren jetzt zehn Stück. Ich brauche nicht komplett zehn Stück, habe aber auch relativ viele trotzdem reingemacht. Und genau. Dann gibt es diesen Schaumstoff. Dieser Schaumstoff, da schaue ich jetzt, dass ich das so gut wie möglich in diesen Rahmen reinbekomme. Hab die also schon mal vorgelegt. Und dann habe ich mit dem Heißkleber, ich habe mir ja vor einer Weile einen neuen gegönnt. Und ich finde, der macht sich viel, viel besser als mein 0815, den ich vorher hatte. Irgendwie funktioniert das da jetzt besser, dass ich halt das Ganze, wie nennt sich das, dass das halt heiß wird und nicht ganz so schnell wieder auskühlt. Also er ist halt heißer als vorher mein anderer. Und dadurch kühlt es halt auch nur bedingt so schnell aus. Das heißt, ich klebe jetzt mit dem Heißkleber das Ganze den Schaumstoff dran fest. Und dann geht es auch schon weiter, nämlich mit dem Moos. Das Moos habe ich mir auch bestellt. Ich habe es beim großen A bestellt. Achtung, ihr dürft nicht jedes Moos nutzen. Also ihr dürft jetzt nicht einfach in den Wald gehen und einfach da Moos sammeln. Moos steht unter Naturschutz. Da bitte vorher kundig machen, was ihr machen dürft, was nicht. Wie gesagt, ich habe es jetzt bestellt, habe es dann auch so ein bisschen von den ganzen Naturmaterialien, die ich nicht gebraucht habe, befreit. Und das war halt, also sind viele Tannen jetzt auch noch mit bei gewesen. Ich habe einen Teil aber auch drinnen gelassen. Wie gesagt, ich finde, das Moosbild hat so einen natürlichen Fakt, den ich einfach so, so schön finde. Ich glaube, wer mal ein Moosbild gesehen hat, der weiß, was ich meine. Ich hatte damals auch bei dem Kurs, da waren wir in so einem Hotel, wo wir das gemacht haben, da war so eine Mooswand. Oder bei mir auf Arbeit, die Kollegin, die hat auch ein Moosbild sich an die Wand gemacht. Und allerdings das Moosbild, was meine Kollegin zum Beispiel hat oder was wahrscheinlich auch in dem Hotel hängt, das wird länger halten als das, was ich jetzt mache. Uns wurde damals beim Kurs gesagt, es hält circa drei Monate. Bei mir hat es jetzt, glaube ich, vier bis fünf, je nachdem, wie gut man es halt auflegt. Es muss mit Wasser besträubt werden, regelmäßig. Also, dass einfach alles mit Wasser gut versorgt ist, sowohl die Sukkulenten als eben auch das Moos. Und das Moos habe ich dann mit Heißkleber zusammengehalten und dementsprechend, damit es dann gut festhält. Aber es kommen ja noch andere Sachen, die das Ganze zum Festhalten bringt. Und genau. Dann habe ich angefangen mit den Sukkulenten. Da so ein bisschen schauen. Erstmal alles von der Erde befreien. Dann schauen, dass die ganzen Wurzeln nicht so groß sind. Also sollten die sehr lang, sehr groß bei euch sein, kürzt die gerne. Die Sukkulenten sind eigentlich sehr hart im Nehmen, wie ich so schön sagen würde. Und genau. Dann habt ihr schon gesehen, meine ganzen Klammern, die ich da habe, die können dann da reingesteckt werden. Die habe ich sowohl beim Moos reingesteckt. Da so ein bisschen schauen, dass die dann natürlich auch nicht zu sehen sind. Die Sukkulenten habe ich damit festgesteckt, sodass die dann halt auch ein bisschen von den Klammern gehalten werden. Ich habe zwei unterschiedliche Größen dafür genutzt und habe da so ein bisschen immer geschaut, was passt jetzt am besten rein, wie funktioniert es am besten, wenn ihr sowieso fertig seid. Dann so ein bisschen schauen, hält das Ganze. Also ich habe es dann immer mal über den Kopf gehalten und damit dann eben auch wirklich das Ganze festhält, weil das wäre schade, wenn die dann einfach nicht mehr halten. Und genau. Das ist für mich halt tatsächlich ein unglaublich schönes Arbeiten jetzt gewesen. Ich mag es sehr und lieb es, das Ganze so auch zu machen mit den Naturmaterialien. Und ja. Genau. Während ich da jetzt gerade noch wurschtel, ja, ich lade immer Sonntags hoch, immer um 12. Da lade ich immer mein Paste-Video hoch. Ganz unterschiedliche Sachen, je nachdem, was da so möglich ist, was mir einfällt, was ich gerne ausprobieren möchte. Falls ihr da mal Ideen habt, was ich für euch ausprobieren soll, ob es wirklich so leicht ist, wie vielleicht manche immer sagen, dann gerne Bescheid sagen und mir einen Kommentar hinterlassen oder eben einen Daumen nach oben oder auch ein Abo. Ich freue mich. Wir haben so schnell die 500 jetzt geknackt in letzter Zeit. Ich lieb es, ich freue mich mega und ist für mich, also eigentlich war es mein Jahresziel für 2023, aber wir haben jetzt noch nicht mal die zweite Jahreshälfte und wir hatten es schon geschafft und ja, dementsprechend. Ja, und um 16 Uhr lade ich in der Regel dann ein Musikvideo hoch. Entweder ein großes kommt dann, vielleicht nicht gleich 16 Uhr, aber es kommt dann ein großes oder halt ein kleines Video. Also, was ich, ich lade ja in der Regel immer die kompletten Auftritte von Musikbands hoch, wo ich war und danach lade ich immer einzelne Lieder, weil nicht jeder möchte den ganzen Auftritt sehen, vielleicht nur einzelne Lieder und da tobe ich mich dann über die Zeit immer aus und lade immer was hoch. Ja, hier habt ihr jetzt gesehen. Ich habe jetzt überall immer noch eine Klammer reingesteckt, wo ich das Gefühl hatte, da könnte ein bisschen Festigkeit noch gut sein. Habe so ein bisschen geschaut, dass alle Lücken auch voll sind, dass soweit auch das natürlich aussieht, wobei Sukkulenten und Natürlichkeit mit Moos. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo in der ursprünglichen Natur von den Sukkulenten auch Moos gibt. Da bin ich tatsächlich überfragt. Aber ja, ist halt dann einfach so ein bisschen schauen, wie es für euch am schönsten aussieht und dann, dass die eben auch so dementsprechend anordnen, wie ihr sie möchtet. Ich habe diesmal ein paar mehr, beim letzten Mal bei dem Kurs hatte ich ein paar weniger. Ich werde auch noch ein zweites Bild machen, wo ich dann eben das Ganze mit weniger mache, wo es dann natürlicher aussieht. Ja, und hier seht ihr das Ergebnis und ich hoffe, euch gefällt es wie mir. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Ostersonntag. Bis dann. Tschüss!